Als Basis für unser Blut verwenden wir hellen Honig. Zu diesem geben wir rote Lebensmittelfarbe. Und ganz wenig blaue Lebensmittelfarbe. Um die Konsistenz flüssiger zu machen, geben wir entweder Ahornsirup hinzu oder ein wenig Wasser. Für die passende Textur empfiehlt sich etwas Mehl. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst mir einen Kommentar, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch und einen Besuch von euch auf meiner Facebookseite. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.